Ist im Jahr 2024 weiterhin unbegrenzter Hinzuverdienst bei Altersrenten möglich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe am 29.12.2023 eine E-Mail-Anfrage bekommen von einem besorgten Rentner, der neben der Rente noch arbeitet und der schreibt mir, er habe gehört, dass der unbegrenzte Hinzuverdienst bei Altersrenten ab 2024 nicht mehr möglich sei. Kann denn das sein, dass diese Rechtsänderung im Jahr 2023 nur für ein Jahr befristet gewesen ist? Nein, meine Damen und Herren, das kann nicht sein. Dieser unbegrenzte Hinzuverdienst bei einer vorgezogenen Altersrente, also vor der rege Altersgrenze, ist ja, wir haben davon auch schon berichtet, am 01.01.2023, in Folge des achten Gesetzes zur Änderung des Sozialgesetzbuchs Nr. 4 und anderer Gesetze im folgenden Änderungsgesetz in Kraft getreten. Und die bis zum 31.12.2022 geltende jährliche Hinzuverdienstgrenze wurde ab dem 1. Januar 2023 komplett aufgehoben. Die gibt es gar nicht mehr. Also der Paragraf 34 SGB VI wurde dann auch entsprechend geändert. Der hat nämlich nur noch zwei Absätze und früher waren das ein paar mehr. Und der Gesetzgeber hat hier also diese Regelung der Anrechnung von Hinzuverdienst auf vorgezogenen Altersrenten abgeschafft. Sie wissen auch, dass diese Regelung im Grunde genommen angepasst wurde an die Rechtslage bei Hinzuverdienst, wenn sie die Regelaltersgrenze erreicht haben. Da war es ja sowieso schon immer so, dass Hinzuverdienst an eine Rente, wenn man über der Regelaltersgrenze war, dann grundsätzlich nicht mehr angerechnet wurde. Also man wollte mit dieser Änderung, wollte der Gesetzgeber mehr Flexibilität beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhesstand schaffen. Und grundsätzlich ist es so, im Jahr 2024, mir ist nichts anderes bekannt, gilt auch die weggefallene Hinzuverdienstgrenze bei Altersrenten. Bei Renten wegen Erwerbsminderung, das wissen Sie auch, gab es auch Änderungen. Da sind die Hinzuverdienstgrenzen ab 2023 gestiegen. Und für das Jahr 2024 steigen sie auch nochmal. Das hängt damit zusammen, dass diese Bezugsgrenzen oder Hinzuverdienstgrenzen bei EM-Renten dynamisiert wurden. Die wurden gekoppelt an die Entwicklung der monatlichen oder jährlichen Bezugsgröße. Meine Damen und Herren, machen Sie sich bitte keine unnötigen Sorgen. Auch im Jahr 2024 gilt, es gibt keinen anrechenbaren Hinzuverdienst bei Altersrenten vor der Regelaltersgrenze mehr. Das ist alles weggefallen. Sie können im Grundsatz, wenn das arbeitsrechtlich möglich ist und Sie neben der Rente auch noch arbeiten können, können Sie im Grundsatz dazu verdienen, wie Sie möchten. Es wird nichts mehr an die Altersrente angerechnet. Das betrifft die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Das betrifft die Altersrente für langjährig Versicherte. Das betrifft auch die Altersrente für besonders langjährig Versicherte als sogenannte vorgezogene Altersrenten vor der Regelaltersgrenze. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein, noch im alten Jahr. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen die Altersrente für heute ab und blir froh. Ich wünsche Ihnen die Altersrente für heute ab und beurteilt die Altersrente für heute ab und beurteilt die Altersrente. Untertitelung des ZDF, 2020